Am Magdeburger Fußballhimmel, da scheinen die Sterne zum Greifen nah. Und natürlich wollen die Fans da noch alle dabei sein. Denn heute Nachmittag vor der MDCC Arena ging es los. Es geht um den Kartenvorverkauf für das lang ersehnte Aufstiegsspiel. Hunderte Vereinsmitglieder und Dauerkartenbesitzer des 1. FC Magdeburg sicherten sich ja Eintrittskarten ihres Klubs gegen Kickers Offenbach in der nächsten Woche am 27. Mai.